Hallo und herzlich willkommen zurück zu Justin Brick and the Big Time Hack. Ja, wir sind jetzt wieder in der Vergangenheit und ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Aufgabe, 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 Aufgabe haben wir auch keine. Hm, wir können ja eigentlich hier nicht mehr viel machen. Wenn wir hier auf den Spielplatz gehen, da war ja auch nichts mehr. Ja, da ist gar nichts. Mit den Steinen und so, aber das war es ja auch schon. Ist das die Rennstrecke? Ah, ne, das ist die Rennstrecke, okay. Ne, das war es. Hier haben wir auch nichts, der ist auch immer noch nicht zurück. Mit der Dame könnten wir vielleicht noch reden, aber ich schaue erst noch mal eben hier. Ja, das Harz. Aber das Harz, das haben wir ja schon öfter mal probiert. Da ist auch sonst nichts. Hier haben wir auch soweit alles durchgeguckt. Kaninchen ging ja nicht, ne. Oh, jetzt geht's? Diese Blieb. Akt 2. Ein Pfeil von rosigen Wangen. Oh. Good news, Lenny. My steadfast surveillance has paid off. I just got a hot lead on my target. I will have to find a new spot to act as surveillance headquarters, though. This is Lenny speaking. Again, could someone please tell the robotic-looking dude in aisle one to vacate the premises? On account of freaking everybody out. Thank you. You drive a hard bargain, Lenny. But that's where there's mutual respect between us. Ja, der hat echt eine tolle Wahrnehmung. Oh. Oh. Oh, indeed. And also, welcome to the year 8021. What? No way. The rabbit took me too far into the future? Hmm. If a rabbit got me too far into the future, I bet a smaller rodent would get me back to my own time. Silence, maggot. I am Special Agent QP-43, brother of QP-42, if the name rings a bell. Nein? Oh. I see. Sorry about that. I mean, my condolences and all that. Silence, maggot. Prepare yourself for Ruthless Unbound. Ruthless what? It's the name of my revenge. Yes, I gave my revenge a name. What about it? Hey, whatever works for you, QP-43. Since you're something of a slippery customer, I will personally keep my eyes on you while my colleague powers up the chrono-wiper. The chrono-what? You heard me. The most ruthless device in the whole Pythonic Empire, capable of wiping out any trash of a person's existence. From any timeline. In any parallel universe. For all eternity. Sounds handy. Silence, maggot. Okay. Was, was, was? Vage bekanntes Objekt. Probably better not to look too closely at that thing. Copyright wise. Wegen Copyright. Okay. Also ich kann es ja hier nicht so genau sehen. Das sieht so ein bisschen aus wie von Day of the Tentacle. Aber dieses Teil hier sagt mir jetzt gerade so gar nichts. Was ist das denn? Halt right there, maggot. We suspected this curious kitchen punch was somehow involved in your time traveling hack. Tell me how it works or I wipe you out right here and now. Nein, nein, die Mikrowelle hat nichts damit zu tun. Wirklich nicht. Du fängst an, indem du deinen Kopf da reinsteckst. Ja, mach mal. Du fängst an, indem du deinen Kopf da reinsteckst. Hm. Krapatiolash. I'm looking through some sort of miniature portal. There's an office kitchen on the other side. How does it work? What do I do next? Als nächstes kommt die Opernphase. Also lass uns deine Lieblings-Arie hören. Der nächste Schritt besteht darin, ein paar coole Sprüche von Agent Gnadenlos loszulassen. Hört sich beides eigentlich gut an. Wir machen mal das gut so. Der nächste Schritt betrifft, ein paar Agent Ruthless One-Liners zu verbrechen. Oh wirklich? Ich bin gut an das. Meet my friend Roy. First name Desht. Ouch. Not super witty, that one. I'll have you know it's a contextual thing, human. Desht happens to be a very common nickname for the first generation of Pythonic Destruction Units. Ah, noted. Good start. Keep it going. Meet my friend Ruth. Oh yeah, I'm sure Ruthless. I don't have any friends. Named Ruth. Okay, I might have bundled that one up a bit. What's all the racket about? Uh oh. Oh, not another one. Go away! The bad man went away. Scheiße. Uh, excuse me, Mr. Hipster Guy? Hi friend, I'm Clute. Hold on. You're the guy who stepped out of the portal back in my time. Wait, you're the caveman who got me stranded in the past. Sorry about that. But when I saw that portal, I figured it was my one chance to escape the tyranny of the dinosaurs. Yeah. Well, I have noticed that the Dino-Cayfolk dynamic back in your time does seem rather odd. Anyway, I need to get back to my own time so I can patch things up with Julia. I've been through a lot since I last saw her. And I can't wait to talk to her again. If only this mini portal were big enough for me to step through. Julia? Oh. What? Julia's hair wouldn't happen to be blue by any chance? Oh. You saw the photo on my desk. Yep. It's blue all right. Well, cyan really. Why do you ask? No reason. So, listen. Since I left you stranded and everything, is there anything I can do to help out? Hmm. Hmm. Thanks for asking, Cloot. Maybe, if we work together, we can solve this thing. I guess you're trying to get home too. Oh, I actually prefer it here, where the dinos are so tiny they can't boss me around. Oh? Well, maybe I can find a way to get rid of the dinos back in your time. I don't think they were ever supposed to live alongside cave folk in the first place, to be honest. Hmm. Imagine that. Imagine that. My own time without the dinosaurs. We cave folk would be free to do whatever we wanted. And I wouldn't mind getting out of these silly clothes. Hey, Justin, if you could get rid of them dinos, I would love to go back to my own time. Yes. Yes. Roger that, Coop buddy. Hey, I feel good about this, Cloot. And so ergab sich das, die Reisenden eine Kooperation eingingen. Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Aber die Frage ist jetzt natürlich, was braucht er? Er ist jetzt in der Zukunft. Wir können hiermit nichts anfangen. Vielleicht kann er damit was anfangen. Du musst nicht mehr zur Mikrowelle laufen, um Gegenstände zu tauschen. Ziehe sie einfach direkt auf das Porträt des anderen Spielers. Ah, okay. Das ist ja geil. Das ist richtig gut. Das behält er lieber, okay. Dann eine Käseglocke vielleicht. Ähm. Okay, ich weiß noch nicht wofür, aber das hat auf jeden Fall funktioniert. Nein, ich würde es besser halten. Okay, Schere brauchen wir die noch? Diese Dinge sind gefährlich. Ich würde es besser halten, um sie zu sein. Ja, ja, ja. Haspray? Okay, Spiegel. Hm, aber die Farbe ist so wunderschön. Ich bin nicht sicher, dass ich es mit dem Teil teilnehmen kann. Ja, das ist richtig, kann ich auch absolut nachvollziehen. Mundstück konnte man bisher noch nichts mit anfangen. Kaugummi hat er bekommen. Klebeband, brauchen wir das noch? Ich weiß nicht. Nein, ich würde es besser halten. Okay, kann man vielleicht die Druckerpatronen aufstellen? Nein, ich würde es besser halten. Auch nicht. Was ist mit dem Gedicht? Ich denke, ich werde es anhalten. Ja, weil er es wahrscheinlich ihr vorlesen will oder so, nehme ich mal an. Äh, Hundekotbeutel? Okay, die können wir auf jeden Fall rüber machen. Dann wechseln wir mal eben zu Justin. Was haben wir denn hier alles Schönes? Kaffee? Oh ja, den können wir wegmachen. Okay, die haben wir alle bekommen. Ja, Felsen. Naja. Kann der vielleicht den Raumanzug reparieren oder so? Ich würde es besser halten. Muschelhorn? Nein, ich würde es besser halten. Ah, Moment, Muschelhorn. Das ist doch sehr laut, haben die doch gesagt. Vielleicht kann man damit die Dinosaurier später... Oh, ich sehe gerade was hier unten. Hallöchen, die kennen wir doch. Das ist doch unser Boss. Das ist der Typ hier aus... Aus der Bar. Sandschaufel? Aber was ich denke, für den Ohrring... Ja, ich denke, dass wir damit den Ohrring rauskriegen werden. Kaninchen? Eigentlich können wir das behalten. Ja, naja, okay. Visitenkarte? Könnte vielleicht ganz gut sein für State, oder so? Ich habe absolut keine Ahnung. Da wir jetzt sowieso gerade schon mal hier sind. Sanduhr. Ja, eine Sanduhr. Mhm. Okay. Ah, okay. Ah, perfekt. Okay. Was ist jetzt hier? Hm. Okay. Ich wollte gerade sagen, weil er hat ihn doch gar nicht gesehen. Und das ist sein Kumpel, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Hm. Ist das du, André? Ich glaube, du hast all die Zeit in der Welt, um das große Schema der Dinge anzusehen. Ja. Okay, hier können wir jetzt nirgendwo mehr hingehen und auch sonst nichts mehr machen. Aber das ist sehr geil, dass wir das jetzt nur noch hin und her schieben müssen. Aufzug, Schild. Naja, das kennen wir ja vom Maniac-Mänzchen. Naja, ist kein Problem. Da ist ein Ausgang. Moment, wir haben Ausgang und Aufzug. Würde ich sagen, erstmal den Aufzug benutzen. Oh, cool. Out of order. Gibt es hier sonst noch was? Da können wir rüber. Oh, da gehen wir vielleicht lieber erstmal nicht rein. Okay. Oh, da ist schon wieder so einer. Oh, oh. Ich bin mir nicht sicher, ob wir mit dem reden sollen. Ahem. Status report, please. Oh, Special Agent QP-43. Ich sehe, ihr schlippt in ein Organic Disguis, resembling ihr Main Suspect. Sehr cunning, wenn ich so sage. Mhm. Was ist hier passiert? Ich sehe, ihr schlippt in diesem Terminal, Scher. Ja, sehr wichtig. Ich bin nicht nur aufhörbar, für die nächste Episode von Agent Ruthless zu starten. Ich bin ehrlich, nicht sicher. Ich sehe, dass du nicht. Okay, also da können wir anscheinend nichts mehr machen, wobei ich jetzt nicht weiß, Hightech-Ausrüstung... Okay, das Ding sieht genau wie mein Vater's alte Hi-Fi-System. Wir haben die Kassette aber schon verballert. Ah, Moment, Mundstück vielleicht? Das Horn haben wir ja immer noch, ne? Hm, hätte ja klappen können, sonst haben wir ja, glaube ich, nichts. Das Handy vielleicht irgendwie? Na gut, dann halt nicht. Hätte ja vielleicht miteinander verbunden werden können oder so, ich weiß es nicht. Das ist nicht schlimm. Oh, was ist das hier? Ah, eine Maus! Ah! Hm, ja, irgendwas muss doch mit dem Käse doch... Kann man die so einfangen? Ah, willst du mich verarschen? Kann man die mit dem Hundekotbeutel einfangen? Das ist nicht so, dass es nicht funktioniert. Hm. Nah. Hm, hm, hm. Mit der Schaufel vielleicht? Let's try something else. Die Glock ist ein bisschen zu groß, oder? Nah. Hm. Jetzt haben wir endlich was gefunden. Können aber, können die nicht rausholen, warum auch immer. Ja, so typische Manier eines, ähm, Point-and-Click-Adventures. Einfach mal alles dranhalten und ausprobieren. Let's try something else. Tja. Hat der denn auch wirklich die Maus genommen, eben? Ja, hat er genommen. Da hinten können wir auch nichts machen. Da sind noch Bildschirme. Diese Konsolen sind dedikator zu Software-Development. Es läuft etwas, das heißt E-Max. Sieht sehr kompliziert für mich. Mhm. Ja, der Käse. Aber warum findet die den Käse nicht so toll? Hm. Hm. B-43. Hi there. What's up with that Maus? He doesn't like cheese. I know little of the Maus and the Chapitach. But feel free to grill Lowly Intern Lake on the subject. Status report, please? I'm monitoring the development of the top-secret Invertatron project, sure. And keeping an eye on Lowly Intern Lake, of course. Yes. Keep a close eye on him. Humans are not to be trusted, you know. My eyes shall be even more vigilant from now on, sure. Excellent. Carry on. Brilliant suggestion, sure. At once, sure. Okay. Hi there. You look a bit organic to be working in a pythonic lab, no? Hi there, Special Agent QP43. I'm Lake. Though my formal title around here is Lowly Intern Lake. Okay, woran arbeitet ihr denn so? So, what are you guys working on? We're working on this amazing Invertatron-Device. Though, what it does is still top-secret. I can tell you that when it's ready. It will perform unspeakable acts of horror in the service of the Empire. Excellent. Du arbeitest doch nicht daran, das Imperium von innen heraus zu stürzen, oder? You wouldn't be working to overthrow the Empire from within, right? What? No. I'm just doing my bit for the Empire, man. No reason to panic. Just an innocent question of a special agent nature. Oh, now I get the disguise. You're conducting some sort of covert operation. Looking for human infiltrators. I am not at liberty to either confirm or deny that statement, Lowly Intern Lake. Cool. I don't think you're going to find any infiltrators around here, though. I mean, all my colleagues are programmed to be almost annoyingly loyal to the Patriarch. The Patriarch? Yes, the Pythonic Patriarch. Ah, yes, of course. The Pythonic Patriarch. Ja, was hat es mit der Maus auf sich? Mag sie keinen Käse? What's the deal with the Maus? He doesn't like cheese? Oh, I'm afraid he's gotten so spoiled, that he's evolved into something of a little gourmet, that one. To get him to come out at all these days, we need to tempt him with some proper moldy cheese. Schimmelkäse, wo soll man den denn jetzt herkriegen? Habt ihr eine Idee, wo man Schimmelkäse herbekommen kann? Any idea of where to get hold of some moldy cheese? Well, we used up all we had in the reserves from the old world. Back in those days, people used to store their cheese in damp earthsellers to get them to go moldy. Okay, wir sprechen uns später, Lake. Also, ich vermute mal ganz stark, dass wir den Käse nur über Klut bekommen. Haha. Ja, bist du. So, und wir sind inkognito unterwegs. Allerdings war das jetzt ein bisschen doof, weil... Es kann sein, dass wir noch eins höher hätten fahren können. Ja, ich wollte ja noch mal eine nach oben fahren. Okay, es scheint nicht weiter zu gehen hier. Dann schauen wir noch mal kurz... Ach, hier können wir auch noch rum. Okay, Aufzugsplattform. Ach so, dann sind wir wieder hier. Ah. Oh, hier wird's. Okay. Uh-huh. Let's see if I can get holographic Bob back online. Nothing. I guess the power is long gone by now. Horizontal floor. Presumably used for standing and or walking. Ah, hier liegen's nicht noch irgendwas. Ach so, da kommen wir jetzt nicht mehr rum. Hm. Sorry about this, Bob. Ah, haben wir grad Knochen rausgenommen. Okay, Bobs Knochen. Yep, an authentic alien bone. Okay. Deceased extraterrestrial. One. Designation Space Captain. Origin unknown. Ah, können wir den Käse? Vielleicht eingraben? Moment, jetzt bin ich... Ja doch, den Käse eingraben in der Gegenwart. Man kann ihn zumindest rüberbringen. Dafür bräuchte er aber auch den Knochen noch, ne? Äh, das könnten wir mal eben ausprobieren. Okay, hier scheint es sonst nichts anderes zu geben. Ähm... Da ist auch sonst nichts mehr. Oh je. Okay. Schauen wir erstmal kurz hier links. Nein, halt stopp. Oh, ich wollte doch nicht in die Gasse. Oh. Seltsame Scheibe. Odins Scheibe. Okay. Brichtstange ist auch gut. Nimm ihn doch einfach mal mit. Vielleicht kannst du ihn doch gebrauchen. Schade. Ja, wir haben es verstanden. Äh, dann gucken wir erstmal hier. Können wir die öffnen? Kann man hier aber sonst nicht benutzen, ja? Flammenwerfer. Flammenwerfer. Hm. Okay. Ja, dann schauen wir mal, ob wir das machen. Ähm, jetzt haben wir natürlich alles abgegeben, was wir eventuell als Kraftstoff benutzen könnten. Moment, das Auto wollte ich noch gucken. Tankdeckel. Judging by the smell, there's still some fuel left in there. I would need something to suck it up with, though. Hm. Wir haben aber nichts. Das müssen wir uns mal im Hinterkopf behalten. Moment, wo sind wir? Wir sind jetzt hier rausgekommen, ne? Ja. Hier ist ein Krankenhaus. Okay, das will ich jetzt erstmal kurz... Na. Okay, was ist das? Okay, können wir da nicht eventuell ne Hand von dem einen nehmen? Da war doch... Aber da konnte man nur das Auge angucken. Na. Dann gehen wir mal eben kurz in den Park, um zu gucken, ob ich das hier hinbekomme. Was ist das denn für einer? Erdreich. Ach so, nee. Ich hab ja den Käse... Ahaha. Dann muss ich mal eben hier switchen. Weil ich möchte das mit dem Käse heute jetzt noch eben probieren. mal da rein. Mal da rein. Halt, stopp. Ähm. Ja, wie machen wir das jetzt? Jetzt haben wir nochmal den Knochen. Können wir nicht eventuell... Ja, den vielleicht anloggen mit den Knochen und dann direkt da hin. Hey, Dino. Fanzig noch ein Knochen? Aber ich kann nichts machen. Schnell den Käse rein. Nein, willst du mich jetzt verarschen? Das Bier vielleicht? Oh, Leute. Nicht zumachen, Kleiner. Ich muss mir nochmal eben einen Kotbeutel holen. Warum? Oh, ist das dein Ernst? Hm. Also, das mit dem Käse können wir nicht so einfach machen, wie ich gehofft hatte. Es sei denn, dass das mit dem Kotbeutel doch funktioniert. Ja, sie gehen nicht wirklich zusammen. Nee. Dann können wir den auch wieder rüber machen. Ah, ist das jetzt ärgerlich. Das ist richtig, richtig ärgerlich. Der hat auch nichts, was man irgendwie... Tja. Ich würde wahrscheinlich einiges Rezeptabel brauchen, um es nicht alles schrecklich zu werden. Ein Gefäß, damit es nicht dreckig wird. Ja, dann können wir hier leider erstmal nicht weitermachen, beziehungsweise nicht das machen, was ich eigentlich vorhatte. Dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und wir dann hier die Gegend und die andere Gegend dann in der nächsten Folge noch ein wenig weiter erkunden werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Ciao!